Na lo zusammen, mich ist hier der Deutsche Land und was ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus dem Mist of Pandaria Szenarios und da habe ich diesmal nur die blauen Kisten. Es hat sich nämlich ein bisschen was getan, es kam ja zwischenzeitlich M.O.P. Remix raus und dort hat man über das ein oder andere Assemble ein paar T-Mark Items gekriegt, am Anfang haben die noch gebackt, also hat das ja dann nachgefixt und dementsprechend konnte ich die Sets mir da holen. Was aber noch übrig geblieben ist, sind einmal die Waffen. Zum Glück habe ich die Waffen soweit bis auf eine schon fertig und die ganzen Umhänge sind jetzt quasi noch in der Liste drin. Und ja, ihr seht, diese Waffe bzw. Umhänge kommen alle aus den blauen Kisten raus. Bedeutet, ich muss quasi nur noch immer die blauen Kisten holen, heißt, dass wir die 30 Kisten zusammen kriegen, brauche ich jetzt halt ein bisschen mehr Chance. Also brauche ich quasi nicht mehr 10 Shars, sondern, ja, ich brauche halt dann 15 Shars. Aber gut, jetzt gucken wir mal, was wir rauskriegen. Ich mache das Ganze ja mit den Test-Shars, deswegen sind die Namen hier immer so ein bisschen, naja, besonders, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich mal gucken. Loot-Spec stelle ich mal auf Windwalk. Ich habe jetzt extra hier einen Monk und zwei Schurken genommen, dass wir vielleicht eine Chance auch auf die Waffen haben. Gut, dann gucken wir mal rein. Oh ja, gut, stimmt, hier haben wir ja keinen Autoloot. Also das erste war schon mal nix. Und das zweite, zweimal einen Kopf. Weird, das ist dasselbe Ding? Ne, das sind zwei verschiedene Kopf. Okay, das war schon mal nix. Als nächstes haben wir dann einen Schurken. Den habe ich mal auf Gesetzlosigkeit gestellt. Und da haben wir schon mal nix drin. Und in der zweiten Kiste einen Ring. Das brauchen wir ja natürlich auch nicht. Und dann haben wir direkt nochmal einen Schurken. Warte mal, den muss ich auch noch umstellen auf Gesetzlosigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vielleicht schon umgestellt hätte müssen, als ich die Kisten gekriegt habe. Aber gut, jetzt gucken wir mal rein. Da haben wir eine... Achso, das ist eine grüne Zweinachs. Okay, interesting. Und was haben wir hier drin? Eine Faustwaffe. Okay, also die Faustwaffe macht ja bloß Sinn auf Kampf, beziehungsweise jetzt heißt es ja Gesetzlosigkeit. Schade, also es geht schon mal in die richtige Richtung mit den Waffen. Aber das war leider nicht die richtige. So, dann haben wir als nächstes noch einen Monk. Okay, also warte mal, man muss wieder umstellen. Braumeister... Ja, ich mach mal lieber auf Windwalk. Ich glaub, Braumeister kriegt eher Zweihandwaffen, ne? Und was haben wir Schönes? Einmal Schuhe, die brauchen wir nicht. Und Gold, schade aber auch. Dann hab ich hier noch einen Hunter. Da können wir vielleicht den Aggie-Umhang kriegen. Jetzt gucken wir mal. Den hatte ich nur rumliegend, den Schar hier. Hab nämlich auf Vorrat ein paar quasi Class-Trial-Schars erstellt. Und der hat aber leider auch nix drin. Und dann haben wir den nächsten Schar, und zwar diesmal einen Worry. Na, da sieht schlecht aus. Und was haben wir da? Uh, sogar gar nichts an Items. Das ist ja ganz schön schlecht hier. Nicht mal irgendwas, was ich nicht brauchen kann. Naja. Dann haben wir als nächstes einen Mage. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht einen Int-Umhang. Da brauchen wir nämlich noch zwei Stück. Ne, den Kopf haben wir gekriegt. Schade aber auch. Dann haben wir jetzt noch zwei Worrys. Nummer Uno hat nix drin. Und in der anderen Kiste ist auch nix drin. Na gut, schade. Und direkt der zweite Worry hinterher. Ich brauch nämlich auch, wie ihr seht, noch zwei Stärke-Umhänge. Also es sind zwei in, zwei Stärke. Und ich glaub ein Aggie, ne. Deswegen, ähm, ja. Nur Loges macht jetzt wenig Sinn. Wobei Monk könnte theoretisch ja auch den Info-Umhang rauskriegen, ne. Wenn ich ihn auf viel stelle. Dann hab ich jetzt noch ein paar Chars hier für die Waffe. Jetzt gucken wir mal. Als allererstes einen Monk. Und was hat der drin? Einen Rücken. Aber das ist nicht der, den ich brauch. Schade aber auch. Schade, schade. Den haben wir schon. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Einmal nix. Schade Schokolade. So, dann machen wir gleich weiter mit einem Rogue. Schade aber auch. Und Nummer zwei. Oh, ein Umhang. Ah, den hatte ich auch schon, ne. Schade. Und durch der nächste Rogue. Jetzt gucken wir mal. Ein epischer. Oh, den brauch ich noch. Sehr schön. Sehr schön. Das war der, glaub ich, einzige Aggie-Umhang, den ich brauchte. Haben wir den schon weg? Jetzt brauch ich, glaub ich, noch beide Int und beide Stärke. Stärke oben hänge. Und halt gut, klar, die Waffe, ne. Also brauch ich trotzdem noch Monks und Rogues quasi. Ja gut. Aber zumindest das schon mal. So, der nächste Charm ist hier ein Hunter. Der hat jetzt sogar noch die epische Kiste. Den hab ich anscheinend mal vor Urzeiten schon gemacht und vergessen, die Kisten aufzumachen. Jetzt gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Ne. Und hier ist auch nix tolles drin. Die epische, gut, die kann nix geben. Naja gut, Hunter ist halt Ripp, ne. Da bringt mir das eigentlich nicht mehr viel. Dann haben wir noch einen Magier. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Chancen und zwar auf zwei Umhänge. Gucken wir mal. Ne. Erste war nix. Und beim zweiten haben wir eine Hose drin. Schade aber auch. So, da lernt. Dann haben wir jetzt zum Abschluss noch einen Warrior. Gucken wir mal. Vielleicht hat der ja einmal hier einen Stärkeumhang drin. Ne. Nix. Und da haben wir auch wieder nix. Juti. Dann sind wir wieder mit insgesamt 30 Kisten durch. Hat mich gefällt, dass er dabei wart. Und ja. Aktuell brauchen wir jetzt noch 5 Items aus diesen Szenario-Kisten. Also mal gucken, wie es dann die nächsten Male weitergeht. Dass wir es bald mal vielleicht fertig kriegen. Juti. Hat mich gefällt, dass er dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.